Mein Name ist Kevin Armold, ich bin 17 Jahre alt. Ich mache eine Ausbildung in zweiter Firma Paraben. Also unter Hauptgeschäften schneide ich die Umbauten und die Rollstühle. Hier und bei uns im Betrieb machen wir halt viele verschiedene Sachen. Zum Beispiel hier lernen wir nicht nur Kfz-Meatroniker, sondern unsere Ausbildung hier bei Paraben ist sehr vielfältig. Es ist auch Kfz-Elektrik, es ist Schweißen dabei, es ist Karosseriebau ein bisschen dabei. Mein Hobby ist eigentlich Rennfahren. Das kostet eigentlich den größten Teil meiner Freizeit. Da jeder Kunde einen speziellen Umbau braucht, das sind alles eigentliche Prototypen. Das ist eine große Herausforderung und auch eine Motivation für den Mitarbeiter. Damit man weiß, dass man nicht an der falschen Stelle ist, wenn man es dann herausfindet. Ein Ferrari ist es leider nicht geworden, aber ich komme wieder allein von A nach B.